was ist eigentlich microsoft stream dieses pinke symbolen office 365 wie das funktioniert was ihr machen könnt wie es verwendet darum geht genau dieses video mein name ist martin türk meine seite ist future-teach.de los geht's ganz zunächst mal kurz die frage was ist überhaupt microsoft stream microsoft stream ist eine art firmeninternes oder schulinternes youtube eine video plattform zum hochstellen und verwalten gemeinsamer videos ja wie kommt ihr dahin ganz einfach innerhalb der office 365 suite ihr müsst einfach auf die seite office.com gehen das gebt ihr oben eurem browser ein also ich wiederhole das hier nochmal office.com weil das ist ja eure startseite für alle office 365 apps ihr loggt euch mit eurem namen beziehungsweise eure e mail adresse und eurem passwort ein und auf der linken seite werdet ihr es vermutlich nicht unter den symbolen sehen ihr müsst nämlich einmal auf alle apps drücken wenn ihr es noch nicht verwendet habt und dann findet ihr hier microsoft stream sofern das natürlich innerhalb eures office 365 pakets enthalten ist weil es gibt ja unterschiedliche lizenzen und dann taucht das auch wenn es einmal ausgewählt habt hier bei den häufig verwendeten apps ganz links auf und ihr könnt es dann über dieses symbol einfach aufrufen online wenn ihr erstmalig microsoft stream startet landet ihr hier in diesem webfenster ja was sehen wir hier in der mitte sind eigentlich informationsvideos von microsoft gut ihr schaut jetzt dieses video also braucht ihr sie vielleicht gar nicht hier oben ist eine art newsfeed da sind ja informationen oder man sieht auch manche alte videos aber kann man eigentlich auch ignorieren interessanter ist dann hier weiter unten da sieht man dann beliebte videos beliebte kanäle oder channels beliebte gruppen was es damit auf sich hat dazu gleich mehr ich wollte nur schon mal es ist super wichtig um microsoft zu ihm zu verstehen dass es eben diese channels diese kanäle die gruppen und die videos gibt ja dann legen wir doch mal einfach hier oben mit der navigations leiste los der erste punkt ist natürlich start wenn ihr da drauf bekommt ihr immer wieder in diese ansicht zurück spannend wird es aber hier ab dem thema entdecken der entdecken button erlaubt euch videos innerhalb eurer organisation oder firma zu sehen also innerhalb von ihrer office 365 domäne die ihr mit eurer e mail adresse beim login habt wenn ihr da drauf drückt habt ihr die wahl und jetzt kommt es wieder ihr könnt nach videos kanälen und kontakten oder gruppen suchen wenn ihr nach videos sucht kriegt ihr genau das was sie in dem fall haben wollt ihr habt die möglichkeit nach videos zu suchen man sieht auch eigene videos die hier drin sind ist alles zusammengerufen sofern sie natürlich öffentlich gemacht sind man kann sie genau bei youtube auch als privat reinstellen dann würde man sie nur selber sehen ihr könnt jetzt hier runter scrollen und seht diese ganzen videos gibt ja auch mehr anzeigen ihr könnt nach einem speziellen video suchen ihr könnt das ganze filtern nach relevanz nach anzahl der aufrufe wir sehen also das meist aufgerufen video hier hat 43 klicks also das ist eine art youtube suche mehr ist es nicht wenn man da drauf drückt zeit beispielsweise nehmen wir mal das hier dann kommt man natürlich zu dem video und kann das entsprechend wir abspielen man könnte auch kommentare setzen gefällt mir drücken das ist wie auf youtube wenn man den zurück button jetzt drückt auf der maus kommt man wo man vorher war ebenfalls könnte hier natürlich nach kanälen suchen und da seht ihr auch schon woran es sich handelt kanäle fassen meistens ein thema zusammen also hier rechnungswesen oder mathematik oder in einer firma zum beispiel projektmanagement cap m oder was auch immer also es sind jemand hat dort einen channel erstellt und hat thematisch dazugehörige videos dort verlinkt und wenn man dann darauf drückt sieht man die darunter bestehenden videos beziehungsweise kann auch das ganze man kann auch diesem channel dann folgen und dann kriegt man immer neuigkeiten wenn ein neues video erscheint das sind kanäle daneben gibt es natürlich auch gruppen und kontakte kontakte das sind einfach einzelpersonen also wenn man jetzt jemanden drin hätte den man den man mag sonst was kann man oder wo man weiß dass ein video hochgestellt hat könnte man nach dieser person suchen würde alle videos von dieser person sehen bei gruppen das ist ganz spannend hier haben wir eine schnittstelle stelle zu microsoft teams gruppen sind im unterschied zu kanälen natürlich auch sammelsurium von themen aber meistens eher personenbezogen zum beispiel klassen also in schulen sind hier in der regel klassen die wir auch microsoft teams angelegt haben die in erscheinen dann hier und man kann dann auf diese entsprechenden klassen gehen und würde dann zum beispiel sehen ob dort videos oder besprechungen auch abgelegt wurden wenn zum beispiel mal eine video konferenz kann man ja microsoft teams machen aufgezeichnet wurde dann erscheint die automatisch hier in microsoft stream unter der jeweiligen gruppe direkt angeordnet was natürlich sehr interessant ist also gruppen und kanäle können nebeneinander bestehen diese themen überschneiden sich aber gruppen in der regel sind halt arbeitsgruppen klassen und kanäle sind eher zu zugeordnete themen und das ist schon alles was ihr hier eigentlich suchen konfirmen weit und damit seid ihr schon in der lage content zu finden dann schauen wir uns mal das thema an eigene inhalte zu erstellen das ist hier oben dieser dieses plus symbol wenn wir hier drauf drücken haben wir natürlich als erstes die möglichkeit ein eigenes video hochzuladen das ist natürlich für so eine plattform ganz wichtig das machen wir jetzt mal und jetzt kann man entweder hier drauf drücken dann wird sich ein datei browser öffnen oder wenn man in windows gerade noch ein fenster offen hat im explorer dann kann man natürlich auch das nehmen ich schiebe mir jetzt hier mal eins rein und lad einfach mal ein video kurz hoch und dann seht ihr hier hier oben steht es wird hochgeladen also in dem moment wo man das oben rein zieht wird schon das ganze hochgeladen und verarbeitet ihr müssten name geben vergeben zum beispiel testvideo ihr könnt eine beschreibung erstellen ganz wichtig ist hier bei der beschreibung es gibt genau bei youtube der möglichkeit automatische zeitsprungmarken einzufügen also eine art agenda auf die man klicken kann und dann dort hin gelangt dazu muss man einfach hier nur irgendetwas reinschreiben zum beispiel beginnen und dann die angabe in minuten und sekunden das wäre jetzt sekunde eins und ich mache jetzt noch mal kapitel zwei wäre zum beispiel 0 2 für minuten 02 fünfte sekunde und das erkennt das programm automatisch und setzt entsprechende kapitelmarken die videosprache müsst ihr auswählen klar deutsch und dann ist ganz 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 wichtig das thema berechtigung ja hier könnt ihr einzelne leute freigeben oder jeder person in ihrem unternehmen die anzeige dieses videos gestatten wenn ihr da drauf drückt finden es alle so ich will es ja wieder entfernen ich will nicht dass es jeder kann das ist jetzt nur für mich und bei option könnt ihr einstellen dürfen kommentare gegeben werden oder nicht werden untertitel automatisch generiert ja wenn ihr fein seid könnt ihr es veröffentlichen wenn ihr auf teilen drückt kriegt ihr noch einen link vorher aber das könnt ihr noch nachträglich machen ihr müsst eigentlich jetzt nur auf veröffentlichen drücken und dann ist das ganze abgeschlossen das dauert jetzt ein paar sekunden bis das verarbeitet ist wenn es dann soweit ist seht ihr das dann unter meine inhalte ich springe jetzt schon mal dorthin wo wir das hochgeladen ist seht ihr das dann hier ihr seht jetzt hier zeitsprung marken ihr seht dass ich es hochgeladen habe die berechtigung ist eingeschränkt und ihr habt aber natürlich noch dass die möglichkeit jetzt hier im nachhinein wie ich sagte auch noch mal auf teilen zu gehen und wenn ihr das macht kriegt ihr einen direkten link den könnt ihr kopieren hier und beispielsweise in eine e mail setzen ein word dokument setzen es um jemanden ausdrucken ihr könnt auch wenn ihr wollt den link modifizieren dann würden hier hinten die startsekunden angefügt ihr könnt natürlich jetzt auch direkt hier jemanden eine e mail schicken wenn die in eurem directory auftaucht ich nehme ich jetzt mal selber so martin türk und wenn ich jetzt sende und schließe dann kriege ich eine e mail mit diesem link und die einbetten funktion wäre wenn ihr eine webseite habt dann könntet ihr den code nehmen auf eure webseite kopieren um dieses video auch zu verschicken wenn ihr das wollt ein interessanter hinweis übrigens auch noch wenn dieses video hochgeladen verarbeitet wurde was ja ein paar sekunden dauert bei microsoft stream erhaltet ihr in der regel automatisch eine e mail auf euren office 365 account dass die verarbeitung abgeschlossen wurde und genauso wie ihr videos erstellen oder hochladen könnt könnt ihr natürlich auch gruppen erstellen gedrückt dann einfach auf gruppe könnt eine neue gruppe einstellen das macht aber aus meiner sicht in der regel keinen sinn weil man würde gruppen tendenziell meistens eher aus microsoft teams heraus erstellen und hier tauchen sie dann automatisch auf man könnte natürlich auch hier gruppen anlegen was mehr sinn macht zu erstellen aus meiner sicht ist ein einen kanal zu erstellen ein thematischen zum beispiel politik kanal mit der beschreibung eingeben und hier alles ja noch ausfüge drückt dann auf erstellen und am ende des tages habt ihr dann euren eigenen kanal erstellt indem ihr einfach verschiedene videos dort hochladen könnt oder verlinken könnt und eure klassen oder eure kollegen können das dann sehen um inhalte zu teilen außerdem habt ihr hier noch die möglichkeit eure bildschirm zu teilen oder ein video aufzuzeichnen also nicht nur eins hochzuladen sondern auch direkt mit diesem microsoft stream 1 aufzunehmen da drückt ihr einfach drauf und kriegt eine fehlermeldung weil ihr braucht den entsprechenden browser das geht nur mit google chrome habe ich natürlich installiert um euch das mal zu zeigen ich gehe jetzt hier auch wieder auf erstellen bildschirm teilen oder video aufzeichnen so da kann man natürlich an hier seine kamera auswählen sein mikrofon auswählen und den bildschirm entsprechend auswählen oder bildschirm und kamera drückt man auf aufzeichnung starten wählt den aktuellen bildschirm ist bei mir bildschirm 2 kommt auf teilen jetzt seht ihr jetzt zählt das hier runter und dann startet hier die aufnahme das alles was wir jetzt sehen wird aufgezeichnet wenn ich fein bin ich kann hier pausieren und dann könnte ich auch wieder das ganze fortsetzen wenn ihr komplett fertig seid mit eurer aufnahmen für eure schüler oder eure kollegen drückt ihr auf weiter und könnt euch das ganze hier noch mal anzeigen ihr habt auch die möglichkeit das hier zu schneiden wie ihr seht hier gibt es die möglichkeit den anfang und das ende zu verschieben und das ganze erneut aufzuzeichnen und wenn ihr fein damit seid könnt ihr das hier in den stream wieder hochladen gleiches spaß wie immer ihr könnt hier auswählen wer das ding sehen darf wer nicht und dann noch veröffentlichen und dann habt ihr quasi ein hochgeladenes aufzeichnungs video was so ähnlich ist eigentlich wie das normale video hochladen und das ist halt direkt aufgenommen hat vom rechner so zu guter letzt haben wir natürlich noch die option meine inhalte was das macht ist eigentlich ganz trivial hier habt ihr die kontrolle über eure inhalte ihr seht alle sachen die jemals selber aufgenommen habt könnt euch die anzeigen lassen könnt ihr hier durchgehen auch genau die gruppen die erstellt habt die videos könnt ihr hier auch jetzt löschen wenn euch was nicht gefällt zum beispiel die bildschirmaufnahmen von eben kann man die jetzt löschen dann verschwindet die hier und genauso hat man hier jetzt die kontrolle über die gruppen die man sieht beziehungsweise die man erstellt hat die man dann auch hier oben über die drei punkte löschen könnte man sieht seine kanäle ich habe jetzt hier natürlich keinen erstellt und kann auch noch schauen wie man folgt könnte das wieder ab abonnieren und man hat auch ein papierkorb wo man 30 tage lang steht er hier oben gelöschte sachen sehen und wieder herstellen kann ebenfalls seht ihr hier die besprechung also wenn ihr euch immer fragt wo landen in microsoft teams meine ganzen besprechungen die ich aufzeichnen meinen teams die landen hier und auch hier habt ihr dann die möglichkeit diese besprechung zu löschen oder natürlich den link an kollegen zu senden indem ihr einfach das video geht unten auf teilen geht und dann könnt ihr auch sogar teams besprechungen teilen und das ist eigentlich vereinfacht gesagt noch mehr sachen aber zum start microsoft stream wie er inhalt suchen können hochladen könnt und dann die kontrolle zum löschen hat ja das war's schon mit dem video ich hoffe euch hat es gefallen schreibt doch mal die kommentare wie ihr das verwendet microsoft team ist das bei euch überhaupt in einsatz ansonsten bis vielleicht bei tschüss